Moin moin Leute und willkommen zu einem neuen Video, in dem ich euch die Cupra eSports Series präsentieren möchte. Cupra hat sich dazu entschieden, sich weiter im eSport zu engagieren und startet die neue Saison der Meisterschaft gleich morgen am 30. Mai. Ich werde den Saisonauftakt ebenfalls auf Twitch übertragen und live kommentieren. Seid also unbedingt dabei. Aber hier mal ein paar rückblickende Worte. In den vergangenen Wochen habe ich die Leute in Vorbereitung zur Serie begleiten können und möchte euch ein paar Eindrücke mitteilen. Unter anderem haben wir uns mit einer tollen Crew im MyDES Erlebniswerk Berlin getroffen und einige Einspieler gedreht. Auch Leute wie Tom Beck oder Cupra Markenbotschafter und Rennfahrer Sebastian Stahl habe ich dort kennengelernt. Bei schönster Atmosphäre haben wir uns über viele Themen unterhalten, vor allem über Simracing und über realen Motorsport, Gemeinsamkeiten und Unterschiede, Schwierigkeiten beim Einstieg und auch beim Wechsel zwischen den beiden Plattformen. Die ersten kleinen Challenges haben wir dort ebenfalls ausgefochten. Das resultierte dann in das Cupra VIP Race am 21. Mai. Auch dort begegneten wir Tom und Sebastian auf der Strecke, aber auch andere Mitfahrer wie beispielsweise Marc Ter Stegen oder Felix von der Laden, mit dem ich auch ebenfalls im Voice Call war. Man war schnell eingefahren und das Auto erlaubte schöne Zweikämpfe, so dass wir auf der legendären Strecke Spa-Francorchamps in Belgien, vor allem auch mit Sebastian Stahl, rundenlange Duelle geführt haben. Und nun ist es Zeit, die Profis ans Werk zu lassen. Wir sehen uns morgen Abend auf Twitch. Bis dahin, ihr Lieben.